Das ist die Offensive von Kralzheim. Kommt durch, aber ist dann unterm Ring. Franz Lothen mit Rebetz, Überzahlfechter. Ludwigsburg kommt langsam zurück und das nutzen sie. Vielleicht, wenn man heute erhofft hat, dafür ist ja Herkenhoff da. Und Fasslothen! Befehle der Easy Credit BWL und vieles mehr live bei Magenta Sport.